Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt 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 Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lern erst mal wieder laufen Denn das ist das, was ich jetzt tun werde Denn die Therapie ist der letzte Ratz Komm, erst mal selber klar, Opa! Lilly zeterte noch weiter, bis sie heiser war Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet Aber die Moral von der Geschenke, aber die Moral von der Geschenke... Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Ach, schön! Und die Stimme! Ich kenne doch die Stimme! Das war doch meine Herzallerliebste Doris! Und die Katze kotzt hier Die Katze hat hier gerade voll auf den Boden gereiert Ist ja ein Traum Sauber machen, verstärkende Maßnahmen Psycho-Kind Psycho-Kind Liegt nur da und starrt Psycho-Kind Und hier ist der DJ und die Partys voll am Abgehen hier Richtig die dicht gedrängten Sims Hier seht ihr sie überall auf der Tanzfläche kaum noch Platz Und was macht Tränenmond in der Disco? Aha Aha Ich bin so böse Ich bin so böse Ihr werdet alle sterben Auch du wirst sterben Du Bastard Sterben, sterben Alle werden sterben Sterben, sterben Ich werde euch ebben Sterben, sterben Alla la 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 Sterben, sterben Ich bin viel länger da So, jetzt aber ganz schnell nach Hause, bevor nämlich die Bullen kommen So, war's das, oder? Hast du noch Peter mitgebracht? Peter! Schönen Huch Guck mal, ich hab da unten was hingelegt für dich Der Peter, da freu ich mich immer, wenn er vorbeikommt Das ist so ein Also der und Klaus Klaus ist da hinten gerade Also das sind echt super Freunde Die kommen immer vorbei Dann lachen wir ganz viel Und äh Trinken ganz viel Gucken Filme und so Ne? Peter? Hahaha Ne, ich mach nur Spaß Letzte Kugel war nur Spaß Ja Ich frag mich sowieso, was hier am Ende Es gibt ja gar kein Ende Aber ich frag mich, was am Ende ist Uah, da ist mir grad der Stuhl umgekippt Zur Seite gekippt Ich brauch dringend nen neuen Bürostuhl Verdammt, hier ist so ne Halterung Von ner Rückenlehne und die ist schon voll im Arsch Weil das Ding auch schon tausend Jahre alt ist Ist natürlich super, wenn man sich beim Let's Play dann so halb auf die Fresse legt Das Naja, ist dann mehr so sieben Habt ihr grad die Kopfbewegung von Alma gesehen in der Pause Das war ein bisschen gruselig Also bitte nochmal zurückspulen und die Pausefunktion gucken Wie Alma da einfach anfängt Komm schon Lecker Barbecue Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Stöcke, ich weiß noch nicht, wo das Skelett ist. Ich werde erst mal auf Distanz, auf Distanz gehen. Äh, wie war denn das jetzt? NEIN! Ja, geile Scheiße. Wie geil war das denn bitte? Gut, soviel zum Thema. Ja, ich spiel total auf Sicherheit. Ja, ich bin hier der sicherste Mensch der Welt. Und ich frage mich, ob wir jetzt überhaupt wieder dahin finden werden. Huah! Alter Schwede! Ein Versicherungsvertreter! Verschwinde! Ich habe nix! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Mit deiner schändlichen Art! NEIN! Jaaaaaaah! Geil! Oh! Oh! Der Eismann ist da! Jaaá! Jaaah!